Guten Tag Oak, ich wende mich in einer sehr traurigen Angelegenheit an euch. Am Sonnabend verstarb Kuno Klötzer im Alter von 89 Jahren. Klötzer war von 1973 bis 1977 Trainer des HSV. 1976 holte er mit der Mannschaft den DFB-Pokal und ein Jahr später gewann er den Europapokal der Pokalsieger mit einem 2 zu 0 Erfolg gegen den RSC Anderlecht. Meine Gedanken sind bei der Familie, bei den Hinterbliebenen und Klötzer. In diesem Sinne, nur der HSV.